Yo, was geht ab YouTube, Blackjack wieder mit einem neuen Minecraft Video am Start. Freunde, es steht wieder einiges an, es sind auch einige Sachen passiert, da werdet ihr wahrscheinlich gleich etwas komisch aus der Wäsche gucken. Ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen und zwar hat Lukas selber noch ein bisschen an seinem Haus weitergebaut und ich muss sagen, Leute, das Haus schaut komplett wild aus einfach. Guckt euch das mal an, er hat eine schöne große Hecke gezogen, er hat hier noch Bäume gepflanzt mit Glowstone. Wir werden jetzt aber noch nicht, also wir werden jetzt nicht reingehen, weil, darf man nicht, aber guckt euch das mal an, Freunde. Das ist so sick sieht das aus, crazy, also hat er echt noch schön gemacht. So, wir müssen jetzt nochmal zum guten alten Eidi gehen und zwar, da ist er ja auch schon, Eidi. Oh, Blackjack, ich habe doch gerade schon gesagt, ich habe unten Stimmen gehört, hast du noch? Ja, du weißt, was ansteht, ne? Oh, oh. Und zwar, Freunde, hat der gute alte Eidi nämlich die Statue von Amir gebaut, da war ich leider nicht mit dabei, aber das Ganze muss natürlich von mir abgesegnet werden, dass es auch passt. Ich hoffe, du hast gute Arbeit geleistet mit Timmy zusammen, habe ich gehört, ne? Ja, ich habe beste Arbeit geleistet, nach bestem Gewissen, Blackjack, du weißt Bescheid. Okay, dann würde ich nämlich mal sagen, wir machen uns auf den Weg dahin, oder? Du hast ja zum Glück auch einen Dreizack. Ja, ich habe mir einen bei Amir gekauft. Ja, und ich werde auf jeden Fall mir auch nochmal eine perfekte Rüstung bei Amir bestellen. Oh, safe, Blackjack. Gut, dann lass mal los jetzt zu Amir. Ja. Du weißt, wo es langweht. Ja, ich weiß, wo es langweht. Freunde, der Weg dauert tatsächlich einen Ticken bis dahin. Oh Mann, ey. Hallo, die Fische. Ja, das dauert einen kurzen Moment, bis wir dort sind. Deswegen, Freunde, machen wir hier einfach schnell einen Cut und sehen uns, wenn wir da sind. So, Freunde, da kommt doch schon der gute alte Eidi angewirbelt. Oh, ich bin schon hier, Blackjack, Junge. Wirbelwind Eidi. Also, die Statue ist auf jeden Fall direkt hinter mir. Hast du sie schon gesehen? Hast du sie schon angeguckt? Nein, ich habe sie noch nicht angeguckt. Ich suche jetzt erst mal, hier muss irgendwo Timmy sein. Lass mal kurz Timmy suchen. Und dann gucken wir uns die an. Ah, da oben habe ich ihn schon gesehen. Timmy, Junge. Ihr seid auch schon da. Ja. Wie seid ihr denn so schnell hierher gekommen? Hä, Dreizack? Junge, guck mal, wir haben Dreizäcke. Du musst ja auch einen besorgen, Timmy. Dreizack, oh ja. Ich habe mir gerade Amir's Farm angeschaut und so. Bro, das sieht richtig krank aus da drin, ne? Ja, hier sind überall Farmen. Also, ich stehe auch noch mit dem Rücken. Guck mal, der hat einfach so zwei Totems in seiner Kiste drin. Juckt den gar nicht. Ja, der hat auch eine Totem-Farm. Ah, crazy. Okay, Leute, pass auf. Aber du weißt, Timmy, guck mal, der will jetzt absegnen, ob wir auch vernünftig gebaut haben, mate. Richtig. Wo ist denn dein Bauoutfit, Blackjack? Hier. Echt? Und Moment mal, habt ihr meinen schon gesehen? Hey. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir ein Team. Okay. Und danach, Freunde, haben wir noch was Wichtiges, denn wir haben eine Drohung in die Firma bekommen. Ach, eine Drohung? Ja, eine Drohung. Dann müssen wir uns kurz hinsetzen. Moment hier mal. Hier, was ist los, Blackjack? Erzähl. Erzähl, Blackjack. Ja, IT, wir haben ein Buch bekommen, von wegen, dass mein Team ist dafür bekannt, also sprich, ihr zwei seid dafür bekannt, dass nun immer alles schief geht. Steht in dem Buch. Wir, Timmy und ich? Wir haben doch die Schwarzruhe gebaut. Wir haben super Teamarbeit gemacht. Ja, deswegen, lasst uns schnell Bauabnahme machen. Danach treffen wir uns alle zusammen in der Firma und danach geben wir das Sachen mal auf den Grund, weil die Zuschauer haben mir schon in die Kommentare geschrieben, von wem das Ganze kommt. Ja, von allen, bestimmt nicht, Junge. Ja, also, ich habe die Statue bis jetzt noch nicht gezeigt. Ich werde mich jetzt umdrehen. Ja, dreh dich mal. Oh, das schaut auf jeden Fall schon mal gut aus, ne? Ja. Ja, kommst du dir erst mal von vorne an, Blackjack. Also, Freunde? Was sagst du? Ich muss sagen... Ja, ich muss sagen, ihr habt gute Arbeit geleistet. Vor allem gefällt mir das mit der Brille, dass ihr da hier... Das ist gut. Ja. Das ist die Idee. Heidi, da hast du dich echt mal selbst übertroffen. Ich habe mich lumpen lassen, Freunde. Wir haben echt gute Teamarbeit gemacht, Blackjack. Wir hatten da Hohen und Tiefen und haben alles ausgerüstet. Also, ich sage euch ehrlich, dafür bekommt ihr von mir eine Exo-Bezahlung. Ja, das kommt mal mit, dann gehen wir an den Banken. Bin ich mal gespannt. Ja, die habe ich ja nicht dabei, die muss ich erst holen. Die kriegt, die kriegt ihr in der Firma. Die kriegt ihr in der Firma. Okay, ich kriege kurz mit Timmy, Blackjack. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir drei treffen uns dann gleich in der Firma, oder? Okay, machen wir. Okay, machen wir. Bis gleich. Also doch, ich muss sagen, Freunde, die haben da wirklich ganze Arbeit geleistet. Gefällt mir wirklich sehr gut. Die schaut echt, echt gut aus. Freunde, da kann man nichts sagen. Respekt. Wir machen mal kurz den Shader aus. Das ist das Ganze ein bisschen heller. Doch, finde ich echt gut. Ich werde jeden, also zusammen kriegen die auf jeden Fall von mir nochmal einen Stack Dears. Das heißt, ich für jeden 32 Dears. Und dann, ja, Respekt. Okay, Freunde, wir gehen zurück in die Firma. Ich hole in der Zwischenzeit noch schnell die Dears. Und dann geben wir der ganzen Sache mal mit diesem, mit Schmocki und so. Ist tatsächlich sogar gerade online. Geben wir der ganzen Sache mal auf den Grund. Okay, Freunde, ich habe jetzt die Sachen geholt. Und zwar habe ich hier für jeden einen halben Stack Dears. Aber, ich werde die so richtig hops nehmen. Ich werde nämlich zu denen sagen, dass die beiden jeweils eine Karotte und eine Melonenscheibe bekommen. Mal gucken, wie die reagieren werden. Ich glaube, die werden sich nicht so freuen darüber. Aber, ist ja nur Spaß. Nein, die beiden bekommen auf jeden Fall Dears, weil die haben echt gute Arbeit geleistet. So, die nächste Arbeit steht auch schon an. Ich habe nämlich mit Bürgermeister oder vorläufigen Bürgermeister Crymax geredet, was hier noch ansteht. Und, ja, Freunde, wir werden mal sehen. Wer ist das denn? Ah, das ist Lukas. Gut, Freunde, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die beiden da sind, weil Tim ja kein Dreizeck. Das heißt, es dauert ein bisschen. Aber, Freunde, wir warten einfach. Ey, ihr seid ja schon da. Das ging mir echt schnell. Okay, Freunde, passt mal auf. Achso, Entschuldigung. Ja, ihr seid ja schon da. Komm ab in die Firma, Jungs. Führungbesprechung. Okay, ey, warte mal. Haben wir irgendwie Gold hier? Nee, ne? Nein, haben wir nicht. Ich habe auch schon geguckt, Blitschick. Warum brauchen wir Gold jetzt? Ja, für meine Überraschung. 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 Gold anstatt Diamanten. Okay. Ah, eine neue Bezahlung. Warte mal, ich muss irgendwo kurz... Ich muss kurz... Warte mal. Lukas? Ich habe hier Lukas gerade gesehen. Wir veredeln nämlich unser Geschenk nochmal kurz. Und zwar werde ich quasi so eine Goldmelone draus machen. Und, ja, so ein Gold... So Gold, Gold, Gold... Eine goldene Karotte. Äh, was machst du da? Äh, Bro, gar nix, gar nix, Bro. Was ist los, Blackjack? Wo bist du, wo bist du, Bro? Ey, hast du ein bisschen Gold? Äh, klar, Bro, klar, Bro. Aber warte mal. Ich muss dir kurz eine Frage stellen, Blackjack. Komm mal kurz mit, Bro. Komm mal kurz mit, okay? Ja. Okay, Blackjack. Hast du zufällig... Äh, warte, warte, warte mal kurz, warte, kurz, äh... Blackjack, hast du zufällig Schildern in meinem Haus, sollst du aufgestellt, ja? Nein, warum? Du hast also keine Schilder bei mir aufgestellt, oder? Nein. Wie viel Gold brauchst du, Blackjack? Ähm, ich brauche einmal neun Goldklumpen, dass ich eine goldene Karotte machen kann. Und ich will eine goldene Wassermelone machen. Ah, okay, Blackjack, warte mal, kann ich dir gehen, Bro? Ich gebe dir natürlich gerne Gold. Warte kurz, Blackjack, Bro. So, warte. Wie viel Goldklumpen brauchst du? Äh, neun... neun... ne, acht. Acht, glaube ich. Ich gebe dir Goldklumpen hier, ja? Äh, ja... Oh, so viel brauche ich gar nicht. Zwei Stück reichen. Ist egal, nimm einfach, Blackjack, weil ich würde dir nämlich noch ein anderes Geschäft vorschlagen, Bro. Okay, und das wäre? Du weißt doch, wie es ist auf den Sammel... Warte, lass uns eine Gruppe gehen, Bro. Das darf niemand hören. Das ist ein Angebot, nur speziell für dich, Bro. Für dich und mich, Bro. Was jemand anderes darf, ist nicht mitbekommen, okay? Komm mal in meine Gruppe rein, du weißt. Ja, erstell mal. Ich habe die Gruppe erstellt. Ah, Blackjack, was geht, Bro? Was geht, Bro? Ja, was geht, was geht? Also, Blackjack, ich hätte eine Frage. Ja? Vielleicht hast du das ja mitbekommen, dass unter meinem Haus etwas Bestimmtes ist, Bro. Ich weiß ja nicht, ne? Ich habe da was gehört. Also, ich höre da gerade was. Du hörst da gerade was, Bro. Findest du es nicht ein bisschen schade, dass auf der Insel nur Armbier und der Wife OP-Bücher verkauft mit ihren Farben, Bro. Wer sagt denn, dass sie die Einzigen sind? Ja, Bro, sie sind die Einzigen gefühlt. Gefühlt? Ich habe vielleicht auch noch eine geheime Insel. Ah, das liegt auch noch eine geheime Insel. Sehr gut, Bro. Was ist denn hier, Villager, Bro? Ob ich hier welche habe? Ja, auf der Insel, Bro. Auf dieser? Nein. Hättest du zufällig Interesse, ein paar Villager zu kaufen, Bro? Was kostet einer? Einer kostet ein Stack Diamanten. Hm. Ich glaube, das überlege ich mir mal. Du überlegst es dir, Bro. Was denkt dann, erzählt jemand davon? Das ist nur ein Spezialangebot, was ich dir mache, Blackjack. Denk gerade. Alles klar, merke ich mir. Okay, Blackjack, dann bist du dir auch ein schönes Haar, Bro. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Okay, Freunde, ich habe das Goldzeug. Ja, auf jeden Fall. Wo ist jetzt Blackjack? Hier. Blackjack, Junge, endlich bist du da. Ja, ich... Jetzt wollen wir dich mal drauf ansprechen. Auf was? Wo ist die Bezahlung? Ja, pass auf. Ich habe das gerade eben noch ein bisschen veredelt. Also, ich habe das noch ein bisschen getoppt, eure Zusatzbezahlung. Oha, es wäre sonst zu Standard gewesen. Ich kriege Netherite. Ja, Mann, Netherite. Netherite ist noch nicht möglich, da wir noch nicht in Nether kommen. Also, pass auf. Freunde, einmal, wer ist eher so... Also, wer von euch beiden mag eher so saftige, süße Sachen? Oh, lecker, ich! Okay. Dann, einmal für dich und einmal für dich. Hä? Was soll denn das jetzt? Eine goldene Karotte. Und du hast eine vergoldene Melone. Lecker, Junge! Ich glaube, die beiden freuen sich. Also, ganz ehrlich, Tümi. Wenn ich hochnehme, Alka, der schenkt uns eine goldene Karotte. Ja, das ist das Beste, das ist das Beste, Junge! Was? Wie das Beste? Ich habe noch nie was Besseres bekommen, sei dir ehrlich, Junge! Junge, ich schwing dir gleich ein Hähnchenbraten, Junge! Was ist denn los mit dir? Das ist eine geborene Chef, sage ich dir, Blackjack. Eine geborene Chef! Also, Blackjack, ja, hier, Alty, hast du zwei übers Licht geführt, aber mich nicht. Wo sind die Diamanten? Was für Diamanten? Hö? Hö? Amir, Statue, dann, äh, trinkt Geld. Also, und Alty hat investiert. Wo, 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 wo ist das ganze Geld hin, Alter? Jetzt reicht's ja. Ja, jetzt pass, hey, wir haben, Alty hat dafür von Amir einen Sack voller Bücher bekommen, dass wir, äh, perfektes Werkzeug haben als Bezahlung. Ja, und das hab ich alles versteckt, Freunde! Aber ich mach, ich mach uns die Sachen noch schwierig. Sag mal, was seid ihr für Hampelmänner, Alter? Der eine kriegt keine Dias, 25 Diamanten für ein Erweiterhaus, der sein Haus aus Bier und Blöcken baut. Und der, äh, Noob hier kriegt, äh, Bücher und, und macht nix daraus. Ihr seid beides die Idioten, Alter! Also, nein, pass auf, ich, ich wollte euch ein bisschen verarschen. Äh, sei froh, das war vorher noch eine normale Karotte und eine normale Melone. Ich hab noch extra Gold grad besorgt für euch. Ja, super, Blöcken! Nein, guck mal, hier, Timmy, für dich. Eiti, für dich. Was? So bin ich? Hey, das ist nur eine kleine, das ist nur eine Zusatz, das ist eine Zusatzbezahlung von mir für dich geschenkt. Aus meiner Tasche. Ich kann aber nicht mal damit eine Rüstung machen. Hey, dann bist du blöd, aus 32 Dias kannst du natürlich eine Rüstung machen. So, Leute, jetzt, einfach mein Herz auf Blickchen. Blöcken, ganz hier, jetzt, was war unten eigentlich los? Achso, ja, genau. Was wolltest du uns zeigen? Und zwar, wir haben hier ein Buch bekommen. Okay, lese vor, lese vor. Ja, ich kann vorlesen, wenn du willst. Soll ich vorlesen? Lese vor. Ja, lese. Gut, ich lese vor. Ziehst du gerne den Leuten das Geld unmoralisch aus der Tasche? Ja. Angebliche Baufirma mit schlechten Werten und einem Team, was bekannt dafür ist, alles zu ruinieren. Das seid ihr. Ja, mit Panta Blackjack, glaube ich. Nein, Team. Setz dich mit dir selber an einen Tisch und verhandle. Du würdest selber niemals ein Deal eingehen, wenn im Schatten das Böse lauert. Finde ich gut, ich mach das. Grinsen, die hier in deinen Augen, wenn es rot leuchtet und ein Zischen gibt, könnte deine Firma sich in der Luft auflösen. Die wollen unsere Firma sprengen. Aber wer ist... Ja, wer ist M-Blackjack? Wer ist M-M wie Nordpol? Freunde, die Zuschauer haben mir in die Kommentare geschrieben, dass das Schmocki, Odemann, Yami und so ist. Aber Leute, ich hab auch einen Kommentar bekommen und zwar hab ich einen Kommentar bekommen, dass unter unserem Hafen angeblich ein versteckter Eingang sein soll. Unter unserem Hafen? Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen der Sache mal auf den Grund. Timmy, hast du eine Rüstung? Nein, ich will so rumlaufen. Timmy, das ist... Ja, okay, aber das ist gefährlich, ne? Oh, dann muss ich mir kurz eine machen. Ja, mach dir mal schnell eine. Ja, ich geh mal hier rein, zack. Dann mach ich mir zum ersten Mal eine Rüstung, Junge. Let's go! Ich mein, du hast ja gerade eben Dias bekommen. Ja, ich sag euch ehrlich, Leute, das könnte echt gefährlich da unten werden. Passt gut auf euch auf, okay? Ich krieg das hin, Alter. Wir sind ein Team, okay? So. Ich brauch ein Schwert. Leute, guck mal, wer auf dem Server ist, Schmocki und Odemann, die sind sogar drauf. Ja, siehst du? Okay. Okay, folgt mir, Leute. Brauch ich ein Schwert? Ja, natürlich. Ja, dann brauch ich Holz. Hat jemand Holz? Warum Holz? Damit ich Sticks machen kann. Hier, Sticks. Du brauchst auch für den Indoor-Einstick. Ja, das ist Timmy. Timmy ist neutral. Timmy ist gut. Ja, ich will nicht mehr so wie alte YouTuber-Insel sein. Ich bin nett. Habe ich doch die Anzeit gesagt. Ey, unten ein Stick und dann zwei Dinger oben drüber, ne? Ja, ja, weiß ich. Warte mal, Timmy, aber so geht das nicht. Wir müssen dir auch noch... Sag, ich mach mir jetzt... Ah, nein. Ich brauch eine Spitzhacke. Ja, hab ich auch gemacht. Willst du ein Schild machen für ihn? Ja, mach ich. Schild hab ich schon. Hast du eins? Okay, let's go. Dann kommt, dann kommt, Jungs. Komm, 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 komm. Aber ihr müsst... Wir müssen vorher in eine Gruppe gehen, okay? Wir müssen unter uns bleiben, nicht, dass sie uns hören. Ich mach eine Gruppe. Okay, let's go. F für den gefallenen Bruder. So, Leute, ihr wisst vorsichtig. Vorsicht ist geboten, okay? Aber wo ist dieser Eingang? Soll das sein? Ihr seht hier den Hafen, richtig? Ja. Ja, habt ihr Essen? Ich hab genug Essen, ne Brie? Okay, und da... Passt auf, hier ist eine Strömung, die geht rein. Und hier irgendwo muss es sein. Da! Hä? Was ist das denn? Okay, Leute, passt auf. Ich hab's auch... Ich hab's ja auch noch nicht gesehen, denn echt. Für Schmocki. Für Schmocki. Bro, ich glaub nicht, dass wir das lieben sollten. Oh mein Gott. Ich mach hier hinten zu, ja? Er macht zu. Was zu? Hier ist es, Leute. Das ist die illegale Kanalisation. Oha, da sind ganz viele Schleimbälle drin. Was? Wir müssen wir eigentlich rausklauen. Was? Nein, wir brauchen das doch gar nicht. Oha, ich hab mich verbrannt am Feuer. Oh, armer Timmy. Und hier ist es, Leute. Von Schmocki und allen hier die illegale Kanalisation. Die illegale Kanalisation. Hast du ne Fackel? Was zum Teufel haben die hier gemacht? Pass auf, das ist überall Fallen. Hier sind überall Fallen. Wirklich? Wie Fallen? Ja, ja. Also, das heißt, wenn ich jetzt weiter gerade hier ging, passiert nix, oder wie? Ey, passt auf, ich glaub, das ist ne Strömung, oder? Ja. Warte mal, irgendwie. Äh. 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 Äh, Leute. Timmy. Ich will da nicht runter. Timmy. Timmy. Ah. Oh mein Gott. Nein. No way. Ah, geh weg, du schubst mich. Nein. Oh mein Gott. Leute, 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 meine Sachen sind weg. Das gibt's nicht. Leute, meine Sachen. Wo bist du, Timmy? Ich bin gestorben. Ich bin wieder auf der alten Insel. Bei, bei, bei Blaze. Oh, das ist nicht dein Ernst. Doch, jetzt muss ich da wieder hin, Alter. Oh, ich sag dir ehrlich, Blätschel, ich glaub, das ist keine gute Idee. Ja. Versuch's nicht, versuch's nicht. Ich will... Wie sollen wir die Sachen holen? Wie sollen wir die holen? Wir müssen ein Water-MLG machen und dann da rein. Ja, wir laufen einfach Wasser runter. Wir müssen einfach... Da ist ein Schild, das müssen wir zerstören. Aber du verlierst da Dings. Nein, nein, da ist ein Schild. Deswegen kommt kein Wasser runter. Ja, bau das ab. Bau das ab. Es ist eine Widerströmung. Ja, komm, komm, komm erst mal her, Timmy. Mann. Was ist das hier? Hä, hier ist eine Truhe mit komisch angeordneten Lapislazuli und Redstone. Oh, komisch, das ist, glaub ich... Das ist echt seltsam hier alles. Richtig gefährlich, Alter. Wieso sind wir nicht ein Team gewesen? Wieso hat man mich runtergeschubst? Hey, keiner hat mich runtergeschubst. Da ist eine Strömung, falls du das nicht gemerkt hast. Ja. Oh mein Gott, Blätschel, Blätschel, ich weiß nicht, ob es so gut ist, hier hinzugehen. Ja, aber irgendwie müssen wir doch zu denen kommen. Ich muss wissen, was die... was sie wollen. Hier ist ein Schild nachts. Es ist kälter als draußen. Echt? Das ist eine Weisheit auf jeden Fall. Wo seid ihr, Leute? Ja, immer noch hier unten. Ja, ich bin wieder da. Warte, Timmy, warte, Timmy, warte, Timmy, warte, Timmy. Ja. Passt auf. Da bin ich runtergefallen, da hinten. Ja, hier hinten. Okay, und jetzt muss ich ein Water-ML-T. Deswegen... Nee, 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 du musst jetzt erstmal... ...must du hier das... Timmy, äh, nein, 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 boah. Blätschel! Was denn? Hier ist... Wo ist da hin? Warte, Timmy! Ja, jetzt hin! Oh. Hier, das Schild muss kaputt gemacht werden. Ja, dann mach kaputt. So, jetzt kannst du runter. Jetzt geht das Wasser runter. Ehrlich? Ja. Nein, das Schild... Das Schild hat abgehalten, dass das Wasser runterfließt. Jetzt fließt es runter. Ja, okay. Aber geh nicht zu schnell runter, weil das Wasser dauert eine Zeit lang, bis es runtergeflossen ist. Oh, ja, ich sehe mal... Oh mein Gott. Da könnten doch überall Fallen sein. Oh, ich ertrink doch dann, Alter. Stimmt. Nein. Ich ertrink doch, du blöd, Mann. Ich hab nur noch zwei Luftblasen. Hä? Mach das Wasser weg, Blitzschild. Wo steht hin? Jetzt kriege ich kein Wasser. Aber okay, warte, warte. Ich sag dir, wenn du wieder hinmachen kannst, warte. Ich hab das Schild hin. Warte. Ich bin unten, Leute. Alter. Was ist da? Was ist da? Hol mich hoch, hol mich hoch, hol mich hoch. Hol mich hoch. Wie soll ich dich hochholen? Wasser, Wasser. Ja, kommt, kommt, kommt. Alter, hier sind... Hier sind Dias, hier sind Dias. Du, hast du Wasser? I.G., sollen wir vielleicht auch da runter? Ich weiß nicht, was auf uns war das, Junge. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Nein, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Doch, komm mit. Kannst du Wasser wieder wegmachen? Nein, 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 nein. Nein! Ich sterbe, ich sterbe gleich. Ich hab das Wasser weg, ich hab das Wasser weg. Du Blödmann, dann gehen wir nach unten. Hörst du, gesagt, mach's weg. Ach du Kacke, das war's, Leute. Jetzt, jetzt ist es vorbei. Das war's mit uns. Das war's mit uns. Soll ich das Schild jetzt wieder wegmachen oder nicht? Oh mein Gott. Schwimm mal oben. Ja, mach ich doch. Nein, mach... Oh mein Gott. Mach Wasser weg. Mach wieder weg und wieder hin. Mach wieder weg und wieder hin. Nein, immer so ein bisschen. Warte ich, Bob. Timmy, kommst du? Jetzt geht's, geht's. So, jetzt komm ab, Blick, Jack. Ja, ist abgebaut. Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch, leider. Nein, ich leg wieder runter. Du musst schwimmen, Junge. Ich schwimm doch. Nein, das Schild ist runter. Ja. Das war's mit Timmy, das war's mit Timmy, glaube ich. Ich hab das Schild, ich hab das Schild, was... Timmy, du musst an die Wand und hochschwimmen. Da ist irgend so ein Ding hier. Watze, watze, watze. Oh, Leute, 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 wir kriegen das hin, gemeinsam, ja? Mit der Sprinten-Taste, Junge. Ja, bin ich doch. Ich bin doch so schnell es geht. Wo ist der ID? Keine Ahnung, Junge, ich guck jetzt noch weiter. Timmy, schneller. Ich kann noch einfach hier was abbauen, oder? Nein, Timmy, komm hoch. Sag ich ehrlich, Leute, das ist mir auch zu gruselig hier. Ein Herz, zwei Herz. Sterbe. Sterbe. Ein halbes Herz, ein halbes Herz, ein halbes Herz. Ein halbes Herz. Als Ort wird es geschafft hast, Junge. Doch, ein halbes Herz. Wo soll ich jetzt das hinmachen? Da? Ja. So, und jetzt raus hier, Leute. Wir müssen raus hier. Warum raus? Wir müssen den Rest noch erkunden. Ich will gar nichts mehr erkunden, Alter. Also wollen wir wieder raus. Ich weiß es nicht. Ist hier noch was? Aber Leute, kommt mal her, kommt mal her. Ja, das wird es doch nicht gewesen sein. Warum sind hier Blöcke um das Bett? Weiß ich nicht. Moment mal, das kommt mir irgendwie Spanisch vor. Hä? Das ist einfach nur, dass es besser ausschaut? Ah, nein, nein, nein. Das hast du übrigens auch in deinem Bett? In deinem Haus? Das ist damit man woanders spawnt. Glaubt ihr, wenn man sich da nachts reinlegt, dass man dann woanders wieder rauskommt? Nein. Redest du ab für'n Quatsch, Alter? Doch, das könnte echt sein, Leute. Was redest du? Nein, ich gucke mich jetzt hier noch ein bisschen um und dann war's das. Hier ist nichts. Ich gehe nach links. Ich gehe nach links. Ja, links waren wir, glaube ich, noch nicht. Doch, da waren wir, Junge, da war die Kiste. Ach stimmt, da waren wir schon, Timmy, da waren wir schon. Da ist ein Licht, da ist ein Licht. Und hier ist die Kiste raus. Und links war auch nicht. Hier war auch nicht viel. Hier ist rechts übrigens, IT. Das ist die Kiste, da ist Redstone und Lapis Lazuli. Ich sag euch ehrlich, hier ist gar nichts. IT, Bro, IT, Bro. Hey, was geht, Bro? Wir sind gerade auf geheimer Mission. Wir haben keine Zeit, Ente. Oh, tut mir leid, Bro. Warum geht's, Ente? Bro, 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 wir reden später. Okay, Bro? Okay, tschüss. Ja, lass wieder rausgehen. Hier ist nichts mehr. Okay, es hilft noch was, Leute. Ja, warum kam jetzt Ente hier rein? Wo geht's hier raus? Ah, hier. Oh mein Gott, Leute. Aber wieso ist dieses Wettel? Mach wieder zu, mach wieder zu. IT, mach zu. Ich check gar nichts, Leute. Okay, wir müssen der ganzen Sache auf jeden Fall nochmal auf den Grund gehen. Aber am besten, wenn wir mit mehreren Leuten. Wie viel denn noch? Ich bin immer schon zu dritt. Ja, aber mit drei guten Leuten? Was soll das denn heißen? Timmy, du bist jetzt die... Sind nicht die stärksten im PvP? Doch. Schade, was... Weißt du was? Ich mach Feierabend. Ich geh jetzt da hinten bei Krono. Ich geh da hin. Okay. Gut, Freunde. Ich check, Junge. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo es da unten entlang geht, was da unten ist. Und ja, da wäre ich euch sehr verbunden auf jeden Fall. Freunde, wir sehen uns bis dahin. Ciao.